Moin, was geht? Exo hier. Heute wollte ich nochmal mit euch über Call of Duty Vanguard sprechen. Ich habe ja ein einfach Fazit-Video gemacht, habe ordentlich Kritik verübt und Sledgehammer Games hat jetzt einen Post auf ihrer Homepage verfasst. In diesem Post zählen sie einige Sachen auf, die ich auch in meinem Fazit-Video kritisiert habe und da würde ich gerne dann einfach nochmal Stellung beziehen und auch mal sagen, was umgesetzt wird. Stumpfes Haten bringt ja auch nichts weiter. Wir lesen uns das heute einmal zusammen durch. Sie schreiben hier auch noch einmal, wir glauben leidenschaftlich daran, mit unserer Community transparent zu sein. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg seit den letzten Jahren. Viele aus der Community sind schon abgehauen, viele wollen abhauen nach Battlefield und sie müssen jetzt einfach transparent sein und auf die Community hören. Fangen wir an mit den Änderungen von der Alpha zur Beta. Da ist der erste große Punkt, visuelle Updates. Als allererstes geht Sledgehammer Games die Schadensüberlagerung an. Das heißt, wenn ihr angeschossen werdet, fühlt sich der ganze Bildschirm, der Monitor nicht mehr so grau, düster, grau, weiß, schwarz, weiß an. Das war ein mega Kritikpunkt, weil wenn man angeschossen wird, hat man ja schon einen Nachteil. Und durch diesen grauen, düsteren Bildschirm, wo du die Gegner nicht mehr vernünftig erkennen kannst, weil dieses Spiel ja auch ziemlich eintönig ist von den Farben, hat es so noch einen weiteren Nachteil und somit auch ein weiteres Handicap. Also das finde ich wirklich gut, dass sie das nochmal angegangen haben. Dazu haben sie noch an der Beleuchtung ein bisschen rumgefummelt, dass sich die ganze Dichte vom Sonnennebel etwas reduziert. Das Randlicht rund um den Spieler wird nochmal ein bisschen aufgedreht, dass man den Spieler, wie schon erwähnt, durch diese ganze eintönige Farbe noch ein bisschen besser unterscheiden kann zwischen Gegenstände und dass der direkt mehr ins Auge sticht. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg bei so einem eintönigen Spiel. Es ist halt 2. Weltkrieg-Setting, na gut, eher ein ausgedachtes 2. Weltkrieg-Setting, ist ja nicht wirklich historisch, was sie da gemacht haben, aber es sollte dann schon so sein, weil es halt immer noch ein Spiel ist, dass man die Gegner auch vernünftig sehen kann. Zu guter Letzt haben sie nochmal Hand an die Gesamtbelichtung gelegt. Die werden sie natürlich noch ein Stückchen aufdrehen. Sie schreiben auch hier, aka we turned up the lights. Ist ziemlich lustig. Wer auf Social Media unterwegs ist, Twitter, der wird in letzter Zeit einiges mitbekommen haben, dass sie schon, ja, ein paar Jokes raushauen, dann Call of Duty macht einen Tweet, dann schreibt er auf einmal Raven Software irgendeinen Scheiß drunter. Manchmal ist es lustig, manchmal ist es auch cringe, aber auf jeden Fall wollen sie irgendwie neue Wege einschlagen und ja, können sie ja machen. Der zweite große Punkt ist Audio-Tuning. Ja, da haben sie auch nochmal ein bisschen rumgedreht, dass das Audio ein bisschen besser ist für den Spieler. Das hatten auch viele kritisiert. Auf jeden Fall werden die Fuhlschritte lauter gemacht. Dann drehen sie die Waffengeräusche bei deinen Gegnern und bei deinem Teamkollegen leiser, was natürlich auch nochmal den Fuhlschritten zugutekommt, finde ich auf jeden Fall super. Den Ansager, den wollen sie ein bisschen mundtot machen, finde ich auf jeden Fall gut. Dann werden sie die Lautstärke runterdrehen und die Frequenz, wie oft der spricht. Das war wirklich nervig. Falls ihr die Alpha gespielt habt, ihr wisst genau, was ich meine. Jedes Mal jabbelt der dich voll. Dieses Team ist raus, dieses Team ist raus. Es juckt doch kein, ob dieses Team oder dieses Team raus ist. Ich dachte immer, wenn der am Anfang gesagt hat, ja, dieses Team ist raus, dieses Team ist raus, dass wir die Runde schon gewonnen hätten. Das muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen angepasst werden, weil mich interessiert es ja nur, wie es zwischen meinem und dem Gegnerteam steht und nicht, was die anderen Teams da im Umkreis machen. Am besten für Champion Hill wäre auf jeden Fall gewesen, wenn sie die Waffengeräusche der anderen Gegner beziehungsweise auch die Leute in der Kaufphase einfach gestummt hätten. Es war wirklich in der Alpha der Fall, wenn die da auf irgendwelche Psychotrips schon in der Kaufphase rumballern, hast du das in einem eigentlichen Match schon gehört. Oder die Gegner von einer anderen Karte, die sind ja alle nah beieinander, da hast du auch einfach die Schüsse gehört. Das wäre auf jeden Fall noch geil, wenn sie das raus machen würden. Das würde auf jeden Fall das Spielerlebnis auf jeden Fall nochmal sehr steigern. Wo wir gerade schon mal im Champion Hill sind, da haben sie natürlich auch nochmal das Spawnsystem angepasst. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Sie schreiben mir auch, wir haben diesen einen Spawnpunkt in Court Reard abgeschafft, der dich gezwungen hat, drei Sekunden unangenehmen Augenkontakt mit deinem Gegner zu haben. Du kennst den einen. Ja, wir kennen ihn alle. Jeder, der die Alpha gesehen hat oder gespielt hat, weiß genau, was gemeint war. Gut, dass sie da nochmal Hand angelegt haben, weil ich hatte da wirklich echt Kopfschmerzen, wie man in einem 2 gegen 2, 3 gegen 3 Modus so schlechtes Bombs hinsetzen kann. Wir warten mal ab, wie es bei den 6 gegen 6 Karten sein wird. Der letzte Punkt ist Fixes in der Pipeline. Da geht es um diese Wallhack Thematik, so nenne ich das einfach mal. Der Gegner stand hinter einer zerstörbaren Wand und du konntest ihn einfach abknallen, weil du schon den Namen gesehen hast von dem Gegner. Das war auch das Problem, dass die Namen viel zu früh aufgeploppt haben. Der war noch nicht mal um die Ecke, der saß hinterm Fass und dann konnte es ihn einfach halt mit einem Sprung da wegholen. Da werden sie auf jeden Fall nochmal Hand anlegen, aber definitiv nicht zur Beta. Das scheint wohl etwas komplexer zu sein. Jetzt kommen wir zu den Beta-Anhalten für den 6 gegen 6 Modus. Natürlich wird auch wieder Champion Hill zur Verfügung stehen. Als 6 gegen 6 Karten sind hier einmal Hotel Royale, Gavutu, Roter Stern und Eagles Nest. Eagles Nest kommt aber erst am zweiten Wochenende raus. Die Modis, die ihr bei Champion Hill spielen könnt, sind einmal Solos, Duos und Trios. Bei dem klassischen 6 gegen 6 könnt ihr Team Deathmatch spielen, Herrschaft, Abschluss bestätigt und Patrol. Patrol ist nämlich ein neuer Modus. Basierend auf Hardpoint verfügt dieser zielbasierte Modus über eine Scoring Zone in nahezu konstanter Bewegung. Wenn Operator Punkte für ihr Team sammeln möchten, sollten sie Schritt halten und sich innerhalb dieses Patrouillen-Punktes auf der Karte bewegen. Wird wahrscheinlich sowas wie Krieg sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen wir zu was ganz Neuem. Das gab es bis jetzt meines Wissens in Call of Duty noch gar nicht. Das sind einmal drei Optionen und das Ganze schimpft sich Combat-Pacing-System. Ihr könnt, man hat diese drei Punkte, taktisch, Angriff und Blitz, die Kartengröße bestimmen, die ihr spielen wollt. Wie das Ganze jetzt im Spiel umgesetzt ist, ob man dann nochmal in der Spielsuche nochmal andere Häkchen setzen kann. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall. Taktisch ist klassisches 6 gegen 6. Angriff ist bis zu 28 Spielern und Blitz ist bis zu 48 Spielern. Und je nachdem soll sich auch die Kartengröße jeweils verändern. Also ist das so, dass jede Karte die Möglichkeit hat, darauf Blitz zu spielen und taktisch gleichzeitig? Hm. Klingt auf jeden Fall komisch. Also spielst du immer abgeriegelte Bereiche, wie beispielsweise bei Battlefield. Bei Battlefield auch Team Deathmatch ist eher klein und dann hast du ja noch die ganz großen Karten, wo Eroberung oder wo Rush stattfindet. Wir warten es einfach mal ab. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Natürlich könnt ihr auch unterschiedliche Operator spielen. Ich blende euch hier einmal ein, wie die heißen. Leider sind noch keine Bilder dazu bekannt, außer von den beiden aus der Alpha, die man schon kennt. Und nicht vergessen, am 7. September, das ist Dienstag, ist der weltweite Multiplayer-Reveal von 6 gegen 6. Haltet da auf jeden Fall mal die Augen und die Ohren offen, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid. Wenn nicht, folgt mir auf Twitter. Ich retweete das gerne oder kommt in die Discord-Gruppe. Da gibt es eigentlich immer aktuelle Call of Duty News und Leaks. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war es mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.